Yo Leute, was geht ab? Microsoft ist mir da mit Paper Mario. Hi, wie geht's? Ja Leute, wir sind immer noch im Englisch-Mode, aber sobald der nächste Speicher-Stern-Blog-Punkt kommt, werden wir auf jeden Fall wieder auf Deutsch umschalten. Guckt mal Leute, wir können uns mal die Map angucken. Guckt mal, wo wir schon überall waren, Leute. Guckt mal, hier ist unser Haus, also Marios Haus ist hier. Hier hat das Abenteuer gestartet. Dann haben wir hier das Schloss und dann haben wir hier Toad Town. Guck mal, wir haben überall schon ein Flowerfeld. Hier, wow, saucool. Den Eisdingern hier bei Tuba-Bluba in den Wüsten auf der Insel. Oh, das ist schön, eine schöne Map auf jeden Fall. Und jetzt sind wir hier bei Bowser-Schloss und ich würde sagen, wir legen los und lassen uns erstmal treffen von einem Knochen-Trocken. Was geht denn mit ab? Was, was geht denn ab? So, Angriff! Yeah, voll in die Fresse rein. So, ähm... Mann, das ist alles immer so eine fucking Verschwendung hier. Okay, Level abkriegen wir auch so schnell nicht. Ach, scheiß drauf, komm. Einfach hier volle Kanne auf die Ome drauf. Was, 17? Oh, die haben eine Schwäche gegenüber Bomb-Angriffe. Wow. Okay, das wusste ich nicht. Das ist interessant. Na gut, dann lasse ich Bombette das ganz allein machen am besten. Na gut. Okay, das sind natürlich jetzt keine solche Gegner. Aber trotzdem haben wir erstmal die Power-Bombe. Mann, das zieht aber ordentlich rein, ne? Boah, 17 Schaden gegen Knochen-Trocken. Das ist echt übel. So. Düm, düm, düm. Bamster, famster, seid down. Ja, Gott sei Dank geben die alle noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Da kann man wenigstens ein bisschen, äh... BP oder... Wie heißen die jetzt? FP? Ah, Flower Points. Ja, genau. Logisch, wir sind ja im Englischen. Ja, das ergibt alles Sinn. So. Äh... Power-Up-Dingens. So, haben wir hier noch... Genau, gib mir mal ein bisschen was davon. Gluck, gluck, gluck. Haben wir noch so einen? Ich würde gerne noch einen trinken. Ne, wir haben keinen mehr. Na gut, so. Die kann man schieben. Guckt da. Wir haben geheime Geheimgänge und so. Ist da überall was hinter? Okay, hier anscheinend nicht. Hier anscheinend auch nicht. Okay, dann halt nur da. Na gut. Haben wir gleich den richtigen gefunden. So, da ist nix. So, wo sind wir denn hier gelandet jetzt? Kann man hier noch mehr schieben? Okay, hier kann man noch mehr schieben. Hm, hier gibt es ganz viele Schiebe-Buzzels. Ganz, ganz viele Schiebe-Buzzels. So. Ähm, okay. Hier muss ich erstmal die... die komischen... Panzerviecher umdrehen, damit die auch geschwächt werden können. Und man kann hier Bombette aufräumen! Yeah, Bams! Oh, das ist so geil, ne? Das zieht einfach so geil rein. Und wir sind bald wieder Level ab. Geilo. Und schöne Blüten-Points. So, kann man hier rein? Moment. Wir haben jetzt hier einen Durchgang. Okay. Ah, und hier ist ein Speicherpunkt. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal ganz kurz Pause. Ich schneide hier mal kurz und dann sind wir wieder auf Deutsch da. Und da sind wir wieder, Leute. So, jetzt haben wir auch wieder deutsche Sprache. Guckst du hier? Ist voll Deutsch und so. Weil deutsche Sprache, gute Sprache. Ja, okay. Ich hoffe, es stürzt nicht wieder gleich ab. Das wäre voll doof und so. Aber mal gucken, wie lange wir jetzt hier in Deutsch spielen können. Und verdammte Scheiße! Hätte ich gewusst, damit hier sowas ist, dann hätte ich meinen Sirup nicht verbraucht. Naja, egal. Was soll's? So. So. Wir brauchen einen Schlüssel auf jeden Fall. Da war eine verschlossene Tür. Und, äh. Hä? Moment. Moment. Man kann die wieder zuschieben, die Tür. Was soll das bringen? Ich hab keine Ahnung. Ich würde sagen, ich würde sagen, wir machen erstmal hier so ein super Hammer-Dingens. Meine Taktik ist immer die gleiche irgendwie, ne? Ist ein bisschen langweilig vielleicht zu gucken, aber, Leute, das muss so sein. So ist effektiv und so. Boah, das hat sogar gereicht. Boah, so gut. Boah, bringe die geilen Erfahrungspunkte, Leute. Es ist so geil. Das macht mich so horny. So horny, wenn ich sehe, wie gut das funktioniert. So. Da kann man nicht schieben. Das kann man zuschieben. Warum? Ah, oh. Oh, das ist ja... Oh, oh, oh. Okay. Moment. Was ist hier? Das ist ja mal tricky, ganz ehrlich. Okay, hier... Ach, hier ist der Schlüssel, okay. Und was dann auf der anderen Seite? Mal gucken, Leute, was auf der anderen Seite noch ist. Das ist ja mal tricky, also ganz ehrlich. Hm. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Mario ist voll stark und so. So, hier haben wir... Hier haben wir... Na... Nix. Was zur Hölle? Moment, mal ganz kurz den Raum erhellen. Ne, hier ist tatsächlich gar nichts. Das ist ja mal fies. Also ernsthaft und so. Na gut, dann ist es hier ein sinnloser leerer Raum, der uns in die Irre führen will. Der uns sagen will, du bist schlecht. Aber egal, Leute, wir haben den Schlüssel. Das heißt, es geht zurück. Und da war ja diese verschlossene Tür und da geht es weiter für uns. Wir haben ja alles hier gleich durchschaut und geblickt. Von daher... Klappt das? So, hier mal schnell nochmal hier. Ach, ist das so schön, wenn hier so ein Dingens ist, ganz ehrlich. Der sollte viel öfters vorkommen, so in so einem Herzblock. So, nochmal schnell saven. Äh, Moment. Wo ist meine Uhr hin? Meine Uhr läuft nicht mehr. Warum läuft meine Uhr nicht mehr? Okay, jetzt muss ich rechnen, wie lange wir noch aufnehmen müssen. Muss ich wieder abschätzen. Naja, egal. Wird schon. Werden. Yeah. So, ist hier wieder dieser Bausack? Oh ja, Leute. Hallöchen. Wer hätte das gedacht? Weiter wirst du nicht kommen. Denn ich. Pech für dich. Lass dich nicht vorbei. Was? Du heißt Pech für dich? Aber wenn du willst, gebe ich dir noch eine Chance. Du schaffst es ohnehin nicht. Willst du es wagen? Ja. Ja. Das ist natürlich völlig zwecklos, aber versuch es ruhig. Das nur, weil ich ein so sanftes Herz in meinem steinernen, in meiner steinernen Brust habe. Babel. Babel. War ein Witz. Wabababab. Wum. Möchtest du wissen, was ich für dich vorbereitet habe? Jo. Machen wir ein kleines Quiz. Einige meiner Leute werden hier herauskommen. Deine Aufgabe ist es, dir ihre Anzahl und Farben zu merken. Anschließend musst du meine Frage korrekt beantworten. Wir wissen beide, dass es völlig unmöglich ist. Aber wenn du fünf Fragen richtig beantwortest, dann darfst du passieren. Und du darfst nur zwei Fehler machen. Natürlich wirst du garantiert dreimal daneben hauen und musst dann die Konsequenzen tragen. Los geht's. Okay, Leute. Ähm, okay. Drei Lilane und vier Goombas. Drei Lilane Koopas und vier Goombas. Okay, bis jetzt weiß ich noch alles. Drei Lilane Koopas und vier Goombas. So, sag mir, wie viele Koopas du gesehen hast. Na, drei. Das waren drei Lilane Koopas. Äh, Koopas. Yay, voll gut, Mann. Ich bin voll der Held. Ah, das ist drei Stück, Mann. Diese Frage muss zu einfach gewesen sein. Von jetzt an wird's herder. Nächste Frage. Okay. So. Eins, zwei, drei. Äh, okay. Drei Rote. Eins, zwei, drei. Vier. Okay, vier Grüne, vier Blaue und drei Rote. Okay. So, von welcher Sorte gab es drei? Ja, von den Roten. Hihihihi. Und, right. Sehr schön, Leute. Bis jetzt läuft das doch. Ah, das ist schon wieder richtig, Mann. Diese Fragen müssen einfach zu einfach sein. Ja, jetzt wird's noch herder, Mann. Nächste Frage. Okay. Okay, Shy Guys. Zwei in der Mitte. Zwei Bob-Boms links. Und vier Blaue rechts. Okay, vier Blaue rechts. Zwei Rote in der Mitte. Und zwei Bob-Boms links. Okay. Okay. Äh. Wer kam aus dem mittleren Eingang? Ja, die roten Shy Guys. Na? Right. Hihihi. Aber jetzt wird's schon tricky-rischer. Jetzt will er schon nicht mehr gezählt haben. Jetzt will er schon wissen, wer aus welchem Tor kommt. Das ist ganz schön, ganz schön fies. Ah, das ist schon wieder richtig, Mann. Das ist voll zu einfache, noch härtere Fragen. Yeah. So, okay, eins, zwei Goombas, drei Blaue Shy Guys, ein Ding und vier Koopas. Vier Koopas, zwei Goombas. Vier Koopas, drei Goombas. Äh. Drei Goombas waren's. Glaub ich, ne? Oder? Na, es waren mehr? Was waren's? Zwei Goombas, ne, Leute? Es waren zwei, ne? Ach, scheiße, Mann. Ja, falsch, du Idiot, Mann. Du wirst lernen, das Leben zu hassen, wenn du dreimal falsch antwortest, Mann. Nächste Frage. Ach, verdammt, Mann. Okay. Okay, das war einfach. Äh. Aus dem rechten Tor kam keiner. Aus der mittleren kam, glaube ich, der normale. Und links der Goomba und der lila ne, ne? Und, 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 okay. Lila und Goomba in der, äh, rechts? Was? Wie viele Arme gab es zu sehen? Es waren zwei Kubas, oder? Also vier. Und die haben noch... Oh Gott, ja. Ich glaube vier, ne? Oh Gott, ja. Richtig, Leute. Wir haben es geschafft. Die Antwort ist richtig, Mann. Ich kann nicht glauben, dass du schon viermal richtig geantwortet hast. So, jetzt reicht es aber. Genug mit dem Spielchen. Jetzt stelle ich dir eine richtig schwere Frage. Nächste Frage, Mann. Ja, habe ich schon gewonnen, Mann. Was ist denn los? Okay, vier Coopers. Drei Bob-Oms. Zwei Shy Guys. Zwei Shy Guys. Drei Bob-Oms. Vier Coopers. Vier Coopers. Drei Bob-Oms, oder? Keine Ahnung. Drei Bob-Oms, oder? Wann es drei Shy Guys? Ach, ich glaube, es waren Bob-Oms, ne? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja, okay. Gut. Yeah, schon fünf richtige, Leute. Korrekt, Mann. Ich fass es nicht. Du hast fünf meiner super harten Nüsse geknackt. Ich wurde geschlagen von Mario. Was für eine Schande. Ja. Mach jetzt ein Tor auf, du Vieh. Oh, wo sind wir denn hier gelandet, Leute? Oh, auf der Brücke oder so. Saugeil. So. Oh, und noch ein Sirup. Das behalte ich natürlich. Das ist nämlich am wichtigsten. Dafür nehme ich noch gerne mal den Superpilz weg. Und mach dich blatt. Mach dich schammei von hinten, du. Bitch. So, wir können hier ruhig mal ein bisschen Verspenderieder sein jetzt, weil wir kriegen ja eh gleich ein Level ab. Von daher, Bams the Bams, einfach mal voll auf die Omme mit. Und dann geht das schon klar. So. Normaler Hammer sollte sogar reichen gegen den. Aber sowas von. Gott. Voll locker und so. Okay, noch einen Kampf, denke ich. Und dann werden wir ein Level abhaben. Denke ich mal. Das sollte hinhauen. So. Sehr schön. Blub, blub. Und da hätten wir noch ein Superpilz, den wir nicht aufnehmen können. Nö. So. Tschüss. Äh. Was haben wir? Ei, ei, ei. Nein, nicht draufspringen, Mario. Bams. Voll weh gemacht. Ja, Leute. Ich würde sagen, ähm. Nach dem Kampf ist der Part vorbei, weil ich weiß nicht mehr ganz... Weiß nicht mehr ganz genau, wann ich halt jetzt beenden muss. Weil ich vergessen habe, die Zeit zu stoppen, als ich umgestellt habe auf Deutsch und so. Von daher machen wir den Part nach dem Kampf zu Ende. Aber jetzt sollte ich erstmal noch ein Level abkriegen, oder? Reicht das? Das reicht nicht. Das reicht nicht. Oh, wie schade. Naja, Leute. Egal. Auf jeden Fall. Wow. Grafepferd des Todes zum Schluss nochmal. Ich würde sagen, beim nächsten Mal erklimmen wir die Burgmauern. Oh yeah. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschaußen. 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 Musik.